FPÖ-Obmann Herbert Kickl betont, dass seine Partei sowohl mit der ÖVP als auch mit der SPÖ Gemeinsamkeiten für mögliche Koalitionen sieht. Im Bereich Sicherheit und Wirtschaft gäbe es Überschneidungen mit der ÖVP, während man bei sozialen Themen und Pensionen mit der SPÖ auf einer Linie sei. Kickl stellt jedoch klar, dass es keine FPÖ-Regierung ohne ihn an der Spitze geben wird. Besonders die von der FPÖ propagierte Festung Österreich, die die Asyl- und Migrationspolitik der Partei weiterführen soll, sieht Kickl als wichtigen Punkt. Er kritisiert die EU-Vorgaben zur Einwanderung und fordert striktere Maßnahmen wie in Australien. Gleichzeitig zweifelt er an der Glaubwürdigkeit der ÖVP, insbesondere in den Bereichen Migration und Steuern. Auch mit der SPÖ unter Andreas Babler sieht Kickl eine Gesprächsbasis, betont jedoch, dass innerparteiliche Spannungen bei der SPÖ eine Rolle spielen könnten. Forderungen seiner Gegner und Gegnerinnen, nach einem Wahlsieg in die zweite Reihe zu treten, weist Kickl entschieden zurück. Er betont, dass der Spitzenkandidat auch die Regierung anführen müsse. Nazi-Vergleiche, die im Wahlkampf gegen die FPÖ erhoben werden, nennen Kickl verantwortungslos und dumm. Er glaubt, dass diese Vergleiche in der Öffentlichkeit nach hinten losgehen. Ein weiteres Hindernis für Koalitionsverhandlungen könnte Kickls Forderung nach einem Verbotsgesetz für den politischen Islam sein. Er sieht darin eine wirksame Methode, um islamistische Kräfte zu bekämpfen, ähnlich wie es bereits ein Verbotsgesetz gegen den Nationalsozialismus gibt. Die FPÖ sieht Kickl weiterhin als die einzige Partei, die in der christlich-abendländischen Tradition steht und verteidigt den umstrittenen Slogan »Euer Wille geschehe« als Zeichen gegen politische Eliten. Der FPÖ-Wahlkampfabschluss vor dem Wiener Stephansdom sei eine bewusste Anleihe an frühere Erfolge der Partei unter Jörg Haider. Der FPÖ-Wahlkampfabschluss